Herzlich Willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Das ist heute die sogenannte Brücke. Das heißt, ihr braucht überhaupt keine Trainingsutensilien, sondern ihr versucht einfach euch auf die Hände und auf die Füße zu drücken in Rückenlage. Die Lea macht es euch mal vor. Ich kann leider nicht. Ich habe mich heute ein bisschen an der Hand verletzt. Deshalb geht es nicht. Die Lea macht vor. Erstmal die normale Brücke. Ja, sehr easy. Nächste Stufe wäre in der Brücke so ein bisschen hin und her marschieren. Erstmal in eine Richtung. Ja, geil. Versuch mal zurück. Ja, super. Super, cool. Okay, und die nächste Variante wäre wie so eine Art Sidestep in der Brücke. Ja, cool. Okay, supi. Versucht es mal daheim. Viel Spaß dabei. Ist bestimmt witzig. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.